Na du Süßer. Na du Süßer. Die Leute freuen sich auch schon. Mir geht's super. Ich bleib hier ein bisschen. Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Let's Play UHC auf Faison.gg Leute, wir sind hier auf dem Faison YouTuber UHC und mich carryt heute liebe gute Space. Ja, ich carry dich. Und in einer Minute bin ich tot. Tschüss. Ich mach den Michelmove, okay? Da, der hat's unter ne Minute geschafft. Nur das Video ging dann. Okay. Unsere eine Minute sterben. Let's go. Warte, hier ist ne Mine, wo ich bin. Ja, nice. Geh rein, geh rein. Eiber Instagram. Ne, noch nicht. Ich hab nichts. Ich hab keine Blöcke, kein Holz. Ja, Holz. Ich hab dir Holz reingelegt. So, oh, danke. Das ist natürlich Support. Dann geb ich dafür das Eisen. Geilo. Ja. Wie lange willst du noch leben? Wie lange? So lange wie möglich eigentlich. Wir gewinnen, hallo? Mach den Phoenix. Ja, Mann. Ich mach den Phoenix. Wir machen den Phoenix, Leute. Straight runter bauen, halb in der Schlucht und halb in den Lava. Das ist ne perfekte Mischung. Falls man eben den Stutz in die Schlucht überlebt. Ja, ich hab tatsächlich gemacht. Ähm, schön in den Lava reingesprungen. Echt jetzt? Ja. Aber ich hab's... Ne, ne, ne. Natürlich nicht, Alter. Was denkst du von mir? Ja, ich trau... Wenn du in den Tod springen würdest. Weißt du, was ich machen würde? Alter 4? Alter 4. Ich würd einfach Alter 4 drücken. Ich hab auch Niemenschacht, by the way. Ja, Loomis ist down. Ja, moin. Wenn man... Warum hast du den Tod angesprochen? Wegen dir ist Loomis tot. Ja, gut. Ein Gegner weniger. Ich heult gleich. Wir finden nix. Wir haben noch nicht mal einen Dia, Mann. Noch nicht mal einen. Ein Dia in der Kiste gefunden. Oh, nice. Wir haben Dia, Leute. Oh, Diaz. Nice. Echt jetzt? Ja. Leg mal rein, das sind vier Stück. Wir haben einen Enchanter. Ich mach Enchanter. Mach du alles andere. Okay. Lass es reingelegt an. Warte. Dann geh da weg einfach. Oh, noch mal Diaz. Jetzt geht's los, Leute. Uh, A-Train. Oh, A-Train. Ja, ist ein A-Train. GG. Kannst du jetzt gleich n'Chest von machen. Ich hab hier nochmal... 2 Diaz. 3 Diaz. Jo, 3. Okay, ich bin jetzt full prod meine Teile bisher. Die ich hab halt. Diaz. Ja, nice. Dann mach dir deinen full Dia schnell. Aber nur zwei, glaub ich. Warte. Nein. Was? Oh, Lava verdammt. Ich pack im Block. Ich pack ne Lava. Mach Dings, mach Dings. Wasser. Setz Wasser. Hab ich gemacht. Ich pack im Obsidian drin. Wo bist du? Bekommst du Schaden? Nein, nicht mehr. Kommst du da raus oder nicht? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mach mal SC. Dann komm ich zu dir. Oh, ich... Oh Gott. Nochmal Diaz. Ich pack im Block. Ich sterbe. Nein, dann... Du stirbst nicht, oder? Doch, ich sterbe. Ich bin tot. Was? Ja, ob... Ich bin eben Obsidian Block gebuckt. Nein! Ich wollte ja noch Backpack drücken. Ja. Aber... Ja, war er sofort tot. Schade. Danny hat Satspeed getötet. Jo, was? Lol, er tritt Satspeed. Ja moin! Als ob. Als ob. Legende. Ja. Jo, ich wurde einfach schön random reingetippet. Das ist Nox, alter! Das ist Nox und Jessie. Ja moin. Ja, gönnt ihr. Jessie ist full die einfach. Also, Jessie war... Snox hat Jessie geboostet. Du musst erst Jessie töten, dann Snox. Jo, ich hab sie fast. Hinter dir Danny, hinter dir Danny. Nee, da kling... Nicht da... Ich hab Stox! Jessie, komm ran! Komm her, Jessie! Ich komme jetzt hier absolut weg. Nice! Double kill! GG an euch, Leute! Wirklich! Alter! Ripp! Ja, Mann! Snox hat nicht mal voll die! Ja! Der arme Mann, Ripp! Hier vorne ist Danny, mit halt der Monzo, Mate. Mhm. Die laufen jetzt, die laufen jetzt aber zu dir. Nee, oder? Die laufen Richtung, Richtung, also da wo du bist. Richtung. Ich lauf richtig weg, oder? Da links. Warte, ich weiß nicht wo du bist. Ich sehe dich nicht mehr. Wo bist du eigentlich? Ja, ich fließe Lauf weg, alles gut. Ja, da ist Danny. Viel Spaß. Danny Monzo! Ähm... Ja, nur Danny läuft... Äh, okay. Ja, weiter, lauf weiter. Ich will hier weg, Mann! Ich will hier weg! Äh, du musst dann weiter nach links laufen. Viel weiter nach links, weil... 1 ist die Borde. Ja. Okay, hab'n Hit auf Monzo. Lauf mal weiter. Ich lauf einfach weiter. Wenn du immer weiter läufst, und dann kommst du nämlich... Genau, da kommst du da hin. LOL, JD! Das geht, Mann! Lauf, einfach mal weiter durch. Einfach durchlaufen. Lauf immer weiter. Die verfolgen dich halt weiter! Ja klar, nur mal. Das ist UHC. Okay. Da lässt man sich in Ruhe. Und macht hier das ein Fight. Ja, Fire Spectrum. Ja, okay. Okay, Leute! War ein gutes OAC. Danke, dass ich mitspielen durfte. Und... Ja! War nice! Also war tatsächlich nice. GG. GG auf jeden Fall. Oh, okay. Schau mal JD zu. Ich hätte JD helfen sollen, Alter. Ich hätte einfach auf das Team drauf gehen sollen. Dann hätten die mich zwar auch weiter noch dazu angegriffen, aber... JD stirbt, JD stirbt. Okay. Oh! Die haben auch Fire, what the fuck? Ja, die haben alle Fire. Ich weiß nicht, wie sie so schnell fliegen. Alter! Oh, rip. Rest in Peace, JD! Ah, schade. Okay, da ist ein spannender Fight. Mayland und Anders und Danny zerstört er komplett, Mann. Alter! Ich denke, Monzo und Danny gewinnt das Ding. Mein Tipp. Okay, Monzo wird knapp. Danny wird auch knapp. Nee, okay. Nee, Danny hat... Bei Danny sieht's gut aus. Ich denke, er hat grad einen Double-Hit kassiert. Okay, Monzo stirbt wahrscheinlich. Eigentlich. Oh! Der ist offenbar! Der war auf einem Herzen, Leute. Der war auf einem Herzen. Der war auf einem Herzen. Und jetzt... Der ist down. Der chuckt sich weg. Nicht schlecht, auf jeden Fall. Alter! Leute! Jetzt machen sie 2B1. Und dann... Bainless is down. Okay. Danny rasiert, Alter. Let's go, Danny. Mach das Ding. Danny erstmal... Die da hinten machen in Ruhe nochmal... Pro 2... Pro 3... So. Danny geht drauf. Alter, wie viel Kill's hat Danny? Let's go. Slash... KT... Äh... Monzo hat 6 Kills, Danny hat 5. Die haben 11 Kills zusammen. Jo. Krank. Über 3 mal komplett. Und... GG. Er hat Solo noch geholt, einfach. Alles klar. Ja, jetzt geht's los schon. Alter, das wird spannend. Okay, Monzo... Die machen Screen und die machen 101. Monzo kassiert, Leute. Okay. Okay. Ja, Los. Wer wegkassiert? Monzo kassiert? Monzo hat ja... Ja, der hat kurz kassiert. Aber der hat nicht gegappt, der andere. Wird schlecht gegappt. Okay, Danny kassiert absolut. Danny dr... Wir... Oha! Oha! Der drückt ihm... Richtig hart, Mann. Danny does like rip. Oder? Es wird knapp. Oh! Was! Was! Ein halb! Und... Äh, der andere sneakt einfach nur noch und ist Repp. GG! Haha, macht noch nen Screen! Mach nen Screen! Und er verbrennt! Nice! GG! Alter GG einfach, man!